So, ähm, da sind wir wieder mit... wow, was ist das? Äh, mit Alice im Wunderland. Äh, ich entschuldige mich, wenn ich irgendwie erkältigt klinge, denn, äh, ich bin erkältet. Ähm. Ähm, ja. Ah, ich soll das anhalten. Ah, okay. Na komm. Da kommt einer. Ein Stumpf. Ein Stumpf. Einhalten. Juhu. Ah, ich sterbe ja wegen Wasserfalle. Ganz vergessen. Hör mich nochmal. Ah, mit U. Okay, cool. So, ähm. Schon vergessen? Ich bin auf deinem Boot. Ja, ich hab's wirklich vergessen. Nein, weiter geht's. Woher auch immer. Oh, das sind die Erwider. Oh, nein, nur warum... Da hat ihn in diesen Baum fliegen lassen, sondern umgekehrt, gegen so ein bisschen hängen geblieben. Ach, Mann. Warum? Warum muss ich sowas machen? Warum? Du hättest uns helfen können, oder nicht? Du hättest uns nicht nicht helfen und uns helfen können. So viel steht fest. Jetzt pump mir für den Rest des Tages der Schädel. Ah. Du kannst das hier mitnehmen, wenn du gehst. Lass mich einfach in Ruhe. Das ist nicht gut für unsresgleichen, nicht wahr, dein? Lass mich einfach in Ruhe. Komm, dumm. Wir spielen woanders weiter. An diesem Spielplatz ist die Luft sehr unangenehm und stickig. Ich will nur das Spiel nach dem Film spielen und nicht irgendwelche komischen Sachen machen, die mich wahnsinnig machen. Hallo, hallo. Schau mal, wie wild sich dieses Schild dreht. Es zeigt den Weg nach Salison Grum. Jawohl. Jawohl. Ja, nein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ein Schild einen Weg zeigt und diese Schilder sich jetzt auch nur zum ersten Mal an diesem Punkt im Spiel. Boah. Die Hoh, Punkte, die ich nicht weiß, wie ich sie benutze. Ich spiele es einfach mal als Johnny Depp. Das ist mal wieder was Neues. Ah, ich boke für den Hasen. Eieiei. Ah, Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich wieder 50.000 Sachen machen. Die auch nicht dem Film entsprechen. In kein... In absolut keiner Weise. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. So, äh, lass mich raten. Ich kann hier nichts kaufen. Oh, natürlich nicht. Oh, ist das blöd. Was ist das schon wieder? Okay, mir macht das jetzt ein bisschen Angst. Aber lassen wir uns... Der Hutmacher kann immer hierher, um zu malen. Er ist schrecklich künstlerisch, weißt du. Okay. Ich dachte, ich müsste jetzt... Achso. Na gut. Ähm. Hutmacher. Ich muss einen besseren Platz finden. Ah, ich kann's kaputt machen, oder? Los. Yeah. Okay. Ah, nein, 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 Moment, Moment, und, 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 öh, öh. Nein, ich will das auch nur... Nein, Moment, ja, 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 juhu, ich hab was. Ah. Okay, diese Fähigkeit ist echt cool. Das ist mal wieder einfach... Was cool ist. Nicht? Der ganze Quatsch von davor. Na, give it mine. Keine Ahnung, was ist das schon wieder? Aha. Uh. Eine Szene. Uh. Noch etwas, was in dem Film vorkam. Ich frage mich, wo diese Schwachköpfe bloß hinwollen. Ah, wohin wohl? Folgt ihnen dort hinein und schneidet ihnen das nicht ohne den Wecker. Nein, 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 Herr Hauker, Hauker. Und wenn sie euch wieder entkommen, verfütter ich euch alle an den Bandersnatch. Oh, ja. Oh, ich will nicht schon wieder diese Karten kaputt machen. Wenn ihr richtig Pech habt. Ich mag nicht mehr diese Karten kaputt machen. Teekannen sind doch viel nüsslicher. Ja, finde ich auch. Ich meine, mit denen kann man so cool werfen. Und wer hat nicht Angst vor fliegenden Teekannen? Ich meine, schwer hat... Pff. Hä, pff. Hat eh jeder. Yeah. So, wo bin ich? Was mache ich hier? Und was soll ich hier überhaupt? Oh, die Tür ist weg. So, was kann auch nur im Wunderland passieren. Die Tür. Sie ist weg. Oh, nein. Wie kommen wir jetzt in den Wald zurück? Captain Morbius, ey. Albenes Mädchen. Wir brauchen diese Tür nicht mehr. Das Unfallschwert liegt vor uns, nicht hinter uns. Vor uns. Okay. Rennen wir einfach mal. Wow, das soll jetzt einfach geraten. Aber hey, eine schöne Tür. Wie aufhörlich geht's noch? Warum ist die Grafik explodiert? Was passiert, wenn ich es normal probiere? Wow, wache ich es doch mal. Oh, wow. Komm, Karten da unten. Toll. War eine super Idee. Die nerven. Aber, Vorteil ist ja, dass das alles auf dem Husten ist. Das heißt, wir sind nicht klauen. Oh. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe den Partner ausgesehen. Wende. Ich habe den Partner ausgesehen. Ich habe den Partner ausgesehen. Sie haben ihn mitgenommen. Bär, bär. Das ist einfach so cool. Ich kann den einfach kaputt. Oh, kaputt. Und. Nee, ich kaputt. Okay, und jetzt? Eeeh. Eeeh. Oh. Bringt das was? Oh, da ist noch was. Andere Seite. Ich sehe da was. Muss das so? Nee, irgendwie ähm. Oh. Der Märzhase. Kann hier was machen. Oh, cool. Oh. Yay, zack doch. Äh? Oh, hier auch. Oh Gott, Hilfe. Ist das so? Äh? Gelb und... Okay, ich bin verwirrt, aber... Ist das hier auch noch weg? Oh, cool. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und jetzt? Ist das doch nur ein... Ich kann da nicht mal durch. Ah! Perspektive, woher? Gibt's ja irgendwie diesen lustigen Hut. Ja, weil da kann das irgendwie nur, glaube ich, von so'n Platz, wo so'n Hut ist. Ach, Mist. Ich muss einen besseren Platz finden. Ja, sag ich ja. Wo denn? Oh, was? Was machen und... Bäm. Oh, da ist was. Eeeh. 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 Ja, neuer Hase. Mach mal das, mach doch gut. Eeeh. Eeeh. Hier ist ja nichts. Ja. Oh, was ist das? Okay, das macht mir echt Angst.